das ist zwar gewesen das war stylisch aber dass man da rein aber ich besser das sind alles hole in one maps ja nein ich bin durch dich durch warum schreiben jetzt alle vier in meinen chat weil du gesagt hast von 1 bis 10 wie die musik den gefällt oder weil du angst vor spinnen hattest und die leute werden wahrscheinlich deswegen 24 zu tun ja der geht in beide richtungen ich habe den doch jetzt komplett umgedreht das war doch die leute sagen meine worte sind wenig arbeit noch mal der hinweis in der hole in one map Wie viel hast du schon? Drei. Vier. Ich hab's auch mal drei gemacht gerade. Nee, 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 wir spielen nicht Golf. Wir spielen Mini-Golf. Das ist ein großer Unterschied. Dalo hat das vorher geklärt. Hä, wie ein kleiner? Ja, ist ein kleineres als Golf. Ey, was ist denn das? Oh, das ziehst du auch. Hä, wie langsam? Wie langsam muss man sein? Das war zu schnell. Das ist ja ultra wenig Power. Uh, der Juli hat auch ihre Kraft nicht unter Kontrolle. Ja, ich hab da keinen gespielt. Habe ich's wirklich geschafft, auf dem Eis liegen zu bleiben? Habe ich's wirklich... Weißt du, welches Spiel mittlerweile wieder richtig gut geworden ist? Als wir's gespielt haben, haben's alle gehatet. Ah, Gott, da gibt's ne Menge. Geht in Richtung Brawlhalla. Geht in Richtung Brawlhalla? Mh, mir fällt der Name grad leider aber auch nicht ein. Oder wir hatten, wir hatten dieses, dieses, dieses Kampfspiel gespielt, das nicht Brawlhalla war. Das hatten wir uns angeguckt. Das war exklusiv für den PC. Ja, genau. Das ist mittlerweile richtig ausgearbeitet worden und spielt sich extrem geil. Also... Echt? Mh... Das wird auch... Da gibt's auch regelmäßig Turniere und so von momentan. Also das sollte man sich nochmal anschauen. Ja, easy. Atsch. All in one. Ja, geschenkt. Also wenn wir hier nicht drüber schlagen... Gar kein Problem. Ich wollte nur gucken, wie's drüber aussieht. Das war Absicht. Ja. Ja, das... Ja, Rushdown. Rushdown Revolt. Genau. Yes. Also wie hieß es? Rushdown Revolt. Oh, okay. Also Rushdown hieß es, glaub ich, damals. Ich glaub Revolt war dann schon die... Wird ein DLC gewesen sein. Oder die Remake-Version. Hä, wieso hab ich... Hä? Ach das... Ich observe. Okay. Und macht Holla denn da? Hä? Es kommt mir in weiß. Ja, ich bin... Genau, ich darf auch nicht zugucken auf dem... Moment, da fliegt Holla. Wo fliege ich denn da? Wo fliege ich denn da? Holla! In dem Himmel. Ich hab den Flug nicht gebucht. Bin auf Wolkenflug. Holla, du kannst auch immer F drücken, wenn du fällst. Hm. Dann Pace to Respect und die Map setzt sich zurück. Holla, du musst da rüber, ne? Ja, ja. Hahaha. Ja, das hab ich verstanden. Okay, wir waren unsicher. Das ist doch ne riesige Rampe. Hahaha. Hm, hm. Ah, ich glaub Holla hat's geschafft. Ein Geist! Ein Geist! Das ist aber gruselig. Wuhuhuhuhuhu. Warte, war hier eben Juli? Zu wenig Liebe gerade. Nee, war ich nicht. Das war zu wenig Liebe. Holla macht's. Holla macht's. All in one. Ich komm wieder zurück. Hm. Magst du mich nicht mitnehmen? Okay. Oh, sorry. Wir haben keine Kollision. Stimmt, wir haben keine Kollision. Es wär nicht gegangen. Ich lade dich aber herzlich ein zum Loch. Pia. Okay, das heißt. Komm, komm in mein Loch, Pia. Nein, das ist lang jetzt. Äh, Juli? Scheiße. Das freut mich auf jeden Fall. Sehr nett von dir, sehr aufmerksam. Ähm. Oh man. Oh man. Das lieb. Dankeschön. Gerne für dich immer. Sympathisch. Man kann sich unterhalten, ne? Danke. Ja, man kann sich unterhalten. Okay. Hier ist noch Zweite. Kannst du mich bitte nicht nervös machen? Oh. Du musst recht nicht. Ja, jetzt hast du mich nervös gemacht und jetzt hab ich verkackt. Alter, das war nice. Pia aber vielleicht auch? Ja, war ein Zweier. Ah, schade. Aber da reinge... Nee, nur schade. Jetzt brauch ich sogar drei für die Runde, ey, scheiß. Mal da die Miniatur-Deko an bei Pia mit dem Baum. Nee. Oh. Oh, doch nicht verkackt. Ja, wobei... Ah, sonst teilen wir uns da das. Das find ich nicht so schön. Ich war eben noch... Oh, nicht schon der. Nee. Ich will die nicht noch mal. Warte. Auch wieder dieser Kringel, ne? Ah, echte Profis waren hier in Hole in One. Hast du einen One? Hast du einen One? Pia, das war richtig gut, Pia. Hast du einen One in Hole? Ja. Oh, was war das denn? Ich hab auch einen, ich hab auch einen, ich hab auch einen! Ich hab auch einen! Ich hab auch einen! GZ. Yes! Ich hab auch einen. Nice! Aber ich hab bei Dalu gestrickt, wo es lang geht. Ich auch. Man hätte, glaub ich, auch einfach den normalen Weg gehen können. Nee, das war mit dir. Guck ihn dir bei Items an. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist das denn mit Items los? Was ist das denn hier für ein Boost? Du fällst immer wieder zurück. Das geht ja gar nicht. Es wird niemals enden. Es wird niemals enden. Doch, wenn du F drückst. Ja, toll. Wiii! Kann ich nicht tun. So, jetzt musst du F drücken. Wiii! Einem Satz schon 6, Juli. So schlimm ist es nicht. Schön locker rüber. Oh! Und zack! Zu wenig! Also die Musik von den anderen Maps war besser. Das ist aber... Kennst du das nicht? Zu wenig? Ah, dafür seid ihr... Leute, könnt ihr aufhören, Golf und Mini-Golf zu verwechseln? Was? Nein. Das eine war das Mini-Golf. Oh! Das andere war verdient. Ja. Eines ist mit dem Spaß. Ach du Scheiße. Ich glaub, du musst gar nicht so feste, Mann. Wow. Als Boomer kennt man das. Ihr Titte kennt... Zu wenig! Mehr Mehl! Wo war das wohl damals? Das könnte Frauentauscher so gewesen sein. Bestimmt. Die sind auch eh alle. Damals als noch der gute Stuff lief. Ich glaub, da lief noch nie der gute Stuff. Hackebeil! Hackeil! 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 All in one! All in one! All in one! Wer hat's verkeckt? Ah ja. Schwiegertochter gesündet. Ach du meinig. Ach du heiliger. Das ist aber auch so ne knatter Segel. So heiliges Blechle. Und Puschard. Ja dann... Wurde ich halt beschissen. Da hätte man einfach Peste drauf schlagen können. Der Geist ist aber noch im Weg. Der Geist ist aber noch im Weg. Kein 2. Jetzt brauch ich da 3 dafür ey. Das ist halt... Ah das hat nicht mehr das Versaut hier. Das ist ärgerlich, dass du jetzt nicht mehr 2 bist. Gipi checkt aber auch immer gegen ey. Also hold in one is here safe. Ja ja also... Wär hier kein... Ja was wolltest du sagen Gipi? Komm! Guck mal wo ich liegen bleibe! Erzähl doch mal Gipi! Guck mal wo ich liegen bleibe! Gipi! Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Rein da! Duffy Duck is impaired. Das war ja... Wer macht denn auch ein Loch auf ne Schräge? Das ist ja unglaublich. Ja das war Karma. Ich geb's jetzt zu. Das ist wieder so ein... Das ist wieder so ein... Das ist so ein tiefes Loch. Zu feste... 1, 2... Hä? Warum war das so schwach? Ah jetzt. Wie stark? Warum war das so stark? Ja ein bisschen mehr. Wann ist denn das? Ich roll halt immer noch. Ja du kannst doch F drücken. Ja aber ich will nicht. Nee! Nee! Ich drück kein F. Ich hab keinen Respekt für diese Karte. Ich rolle. Ich rolle immer noch. Aber... F. Das ist also... Nee, ich roll hier immer noch. Ich ähm... Sag doch mal F. Richtiger 39er. Ich will nicht. Du musst aber. Nee, wie du siehst nicht. Was? Es gibt kein Minus-Ding, wenn man da unten resetet wird? Doch. Sie sind doch schon mal im Zweiter. Ich hab nicht F gedrückt. Du kriegst kein... Also kein Penalty. Der Schlag ist nur weg. Oh! Gib mir das aber schade, dass du nicht mehr Zweiter bist. Ja wir gucken am Ende nochmal auf die Karte, ne? Ich würde ja aufs Scoreboard gucken. Tatsächlich. Da muss man auch passen mit dem Eis. Mit dem Eis ist fies. Was war das denn, Pia? Was war das denn? Egal. Ich glaub Items, der Ansatz war aber genau richtig. Lass dich nicht stressen. Das ist doppelt überbande. Nein, 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 nein. Das Loch hat sich schon gehoben. Das Loch hat sich bewegt. Das wollte uns. Da, Chris. Ach, jetzt drücke ich euch aber die Daumen. Das ist viel zu schwach. Nein! Das ist schade, Pia. So, Julie, zeig mal, was du kannst. Ach, war leider ein bisschen schwach. Ich fand kein Gefühl da rein. Wir machen das Stückchenweise. Einfach immer ein bisschen. Dann hab's. Immer so. Hm? Nein! Zu viel hab's! Du gehst nicht weiter so, Pia. Du bist gleich wieder hinter mir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Holla! Holla! Die Kante kam immer näher. Mwahahahaha! Ich hab mich veracht. Zwei von euch müssen sich noch anstrengen, damit Pia wieder vierte wird. Nein! Must be done in a hole in one. In welche Richtung muss ich denn? Einfach rein! Nein! Ja, aber wohin? All in one. Easy. Hä? Das kann man ja gar nicht versauen. Hä? Wenn das nicht ein one in one schafft. Ich hab... Ich hab... Wir sind im richtigen Loch hier. Nein, wir waren im falschen Loch. Ach, scheiße. Die müssen das große Ding in der Mitte. Das riesige. Das kann man ja gar nicht versauen. Julie, das kann man nicht so einlochen, wie du das gerade eingeloggt hast. Ich glaub, es ist schwerer die kleinen zu treffen als die großen. Au einfach mal gegen die Wand vor dir. Julie, Vollgas! Ins richtige Loch diesmal! Und los! Hä? Was ist das Loch? Nein! Das ist kein Loch! Der kommt gut! Ich seh das! Ja! Hab ich... Mann ey! Was sagst du? Wir machen ein Trick! Schade! Lief gut! Ja doch! Ich glaub, ich versuch's nochmal, weil ich krass bin. Nee, mein ich. Das ist schon krass, der Ball. Äh! Nö! 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 Ja! Nö! Ich hab Angst vor Items. Tut mir leid! Das war fast richtig, dann falsch, dann wieder richtig. Wow! Was? Ich glaub, ich bin auf der anderen... Ach, ich bin auf der anderen Seite! Auf der anderen Bahn! Tschüss! Julian hat die Erfahrung! Schön, schön, schön! Nein! Nein, das kann doch nicht sein! Und jetzt hab ich die Wand da und ich seh nicht mich! Ja, du musst den Ball ja nur ansturbsen und angucken! Äh! Mit dem Mausrad! Man kann zoomen? Mit dem Mausrad! Hä? Alter, das ist halt ernsthaft! Was ist das Problem an der Bahn? Ja, ich trau dem Ganzen noch nicht so ganz! Ja, du gehst einfach doch hier auf die Schräge, oder nicht? Hä? Nein, ich hab das nicht! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Komm schon! Komm! Muss noch jemanden schlagen? Hole in one! Easy! Ist es ohne Dings! Ist es ohne... Ist es ohne... Ohne Kollision! Ah ja, wir haben ja keine Kollision! Oh nein! Oh nein! Nein! Oh, ist das ne traurige Erdbeere! Oh, der ist nicht ohne! Oh lol! Nicht so viel, oder? Oder richtig rein böllern? Nee! Du kannst, du hast zwei hintereinander, du kannst einmal richtig dran böllern theoretisch! Nimm den Profi! Profi Fahne! Ich hab reingeböllert! Es war zu viel! Ohhhh! 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 Voller Holz auch! Weißt du schon drin, Gibi? Ja! Scheiß! Ich mach die meiste... Aber... Hast du es nicht gemerkt, oder was? Nee, nee, hab ich nicht mehr... Das ist traurig! Das ist traurig! Das ist traurig! Das ist traurig! Das ist jetzt aber... Ich bin unangenehm! Ach, come on! Hättest du auch irgendwie anders ansprechen können, ja, aber... Hä? Ne? Wieso? Steh dazu! Du stehst dazu, ja! Ja, toll! Ihr könnt doch das hintere Loch nehmen, da, ne? Wow! Ja, dann vielleicht! Ja, dann krieg ich's vielleicht mit, ja! Ah, schaut er dann hier mein Kräftsgelernschiff! Hab die Schläge vorher gemacht! Äh, Julie! Was passiert da? Ich hab vier Schläge gebraucht grad nur, ja! Das ist halt so dumm! Oh, der ist gut, oder? Nee! Der ist genau der gleiche wie da vor! Nein! Davor, der war... Julie, du kannst auch links und rechts einfach den Weg gehen! Nein, Julie, mach das jetzt! Ich glaube, du würdest sogar mit links und rechts könntest du auch noch den Wort einfach machen! Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was? Jetzt war ich aber kaputt! Wie kann ich denn da noch weg? Jetzt hab ich ein PR! Toll! Was ist ein PR? Ja! Ja! Ärgerlich! Ein PR ist ein Vogel! Oh, PR ist wieder da! Weil ich so kackt habe einmal! Hä? Oh nein! Nicht so... Hallo! Ja, also... Bin nicht so feinfühlig! Hehe! Waldfee! Geh Wald! Haha! Ja, richtig! Da kommt der! Genau! Ja! Glauben die Kugel wäre jetzt besser gestanden oder? Vogel ist Birdie! Meine Frage war, was waren Pa? Haha! Richtig! Vogel ist Birdie! Moment, das ist doch einfach so PAMặc schade! talking Almost! ich glaube ich verstöße gerade ja auf der rück auf der eis seite ist noch einfach das war zu viel drauf geballert das war das sind gerade schlag jetzt ist aber auch langsamer gut es ist zu viel doch das ist wie die zwei kilogramm eiscreme die er wollte das war einfach zu viel h ist etwas besser als pb das ist mein humor dafür bann ich dich vorhin aus versehen ich bin ganz ehrlich das spiel macht mich gerade ein bisschen aggressiv ich werde ich werde ich werde julie kann sich ein bisschen anstrengen ich habe so verkackt diesmal muss ich vor allem nein du musst vor hier auch noch bleiben das ist das muss dein ziel sein ja mein ganzer chat trollt mich die machen jetzt alle meine ganzen und meine ganzen chat spiele alle mit 444 punkten es ist einfach das ist für den rang 444 nein dann macht dein etwas falsch rechts ist schwerer wir hatten da abbiegen aber schade okay ich weiß ich habe ich weiß nicht ob das ein fehler ist was kumo was ist denn das nicht ja du kannst auf f drücken also ich würde sagen ich bin unaufholbar nein das ist aus ist das aus wieso was ist das denn hier im feuer das ist auch ein loch den moment hatten wir gerade live auf cam loch naja siehst du an dem netz des blauen netz da war ein kleiner hügel im eis da war ein kleiner hügel im eis du bist so gemein ich will das halt so die haben mich hier eben für meinen getrash talk ich habe ja noch gar nicht angefangen das war aber gerade für 20 sekunden keine sprache die da hoch gekommen ist von mir ja das war fast item style das war äh 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 genau das wir rollen sofort in den toller ich bleib vor den boostern liegen ich bleib vor den boostern liegen oh ich bleib nicht vor den boostern liegen uh 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 alder wolltest du mich treuen items nee ich hab wirklich dass ich das vorlegen da habe ich eine abkürzung genommen nein weil ich die ganze zeit das leben ich war auch super langsam drauf zugerollt ich hab mich in dem moment leider ein bisschen mehr mit mir oh das waren schon wieder vier möglichkeiten oh ich ja hola wir hast geschafft we did it yes hast du auch ein eins gemacht ja hey hallo runter ach puh also vielleicht ja vielleicht wahrscheinlich nein ich sag ja 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 da musst du direkt unten rein oder was ja ich bin direkt links von der bahn der ist direkt in dem loch gespawnt das ist rein da ja habe ich trotzdem zwei schläge braut recht man merken ich will mich nie über jemanden lustig machen ah das war's die hat bronze oh mann ich hätte silber abholen können ja silber hätte ich abholen ja aber du warst dann auf der einheitlichen ganz schön kapier julie ich finde das ich finde das frech dass wir in der reihenfolge gesetzt wurden weil wir haben gleich die krone passt das stimmt für mein ding ist der bomster das tut mir doch nicht nächstes mal drehen wir es wieder um ne alles aber die goldene krone wird mir besser stehen finde ich ja ich weiß nicht ob wir so schlecht spiegeln ich kann es ja auch eine solo machen wollen wir noch eins ja okay ich drück ready so jetzt mach ich euch lang kippie kurz davor pizzateig zu holen das ist mit diamant lass mich doch da hätte man daneben geschossen das ist auch wieder in one ne also es ist keine hole in one map aber die geht in hole in one man sieht die abkürzung da oben da kommt einfach kein gefühl der regen macht mich nervös der macht mich irgendwie traurig warum macht dich regen traurig naja schon das ist das wirklich die emotionen die regen bei dir hervorruft das ist interessant ich mag regen oh julie spielt als kund dran wie was als kunden dran wisst ihr eigentlich ist meine favorite farbe immer türkis und mein kunden dabei ist habe ich halt immer grün genommen ich dachte das kommt jetzt erst nach fünf jahren ja das kommt raus man gibt hier und ich haben auch beide eigentlich ist schwarz und übrigens farbe okay bei mir ist es neongrün schwarz so in der richtung geil ja meine ist halt weiß aufgrund meiner persona weil du einfach ein canvas brauchst falls du mal rot brauchst um schneller zu sein oder ich habe einfach geschummelt wie hast du geschummelt ich habe einfach nochmal das loch aus der ersten bahn genommen ja dachte ich mir schon ich wollte das gerade auch machen aber du bist hier immer zurückgesetzt oh es ist kollision anderes ne das funktioniert bei mir nicht ich treffs nicht aber ich will das treffen ich mach das jetzt jawoll ich meine es hat 8000 pro versuche gebraucht leute mich ehrlich gesagt interessiert mich gar nicht wer alles golf spielt das ist ich weiß nicht wann ich da die petition zugestattet habe dass ihr das alles reinschreiben sollt aber du solltest du auf der normalen strecke bleiben items ja ich spiel keinen golf oh das tut mir aber leid für dich wieso wurde ich da jetzt zurückgesetzt weil das die falsche bahn ist das ist bahn 1 oh da musst du direkt das loch treffen du siehst das hell leuchten die hell leuchtende stange das ist da wo du hin musst oh scheiße verleuchtenden stange okay was passiert ich spiele auch kein golf er freut mich für euch juli hat nur vergessen sich zu muten was ich fragte was passiert ist weil du oh scheiße gesagt hast das kommt ich habe mitleid mit vier ich habe mitleid mit vier ja verstehe ich verstehe ja weil sie aussehen in die falsche bahn rein ist ja auf die falsche bahn ist sie gelaufen einfach am falschen weg ist abgekommen wer kennt das problem nicht vom rechten weg abgekommen ab auf die falsche bahn oh snap hast du wirklich? ja da du auch warst ja das ist jetzt blöd ne stopp nö stopp brummi 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 ich wäre ein toller hier rollt vorbei sehe ich ne 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 hier noch rechts ne 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 freundchen einmal pusten tada ne 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 ich werde jetzt letzter ja gut das ist ein ziel das kann man sich setzen und dann hat man das auch mit springen im wasser oder wie ja ich glaube du musst da wild rüber hüpfen der der bach trägt dich und da unten ist das loch fertig hole in one easy moment der bach trägt dann wirklich ja ja scheiße ich hab versucht über die steine zu springen ha ha ein fehler okay warum ich will das bei mir nicht weil ihr da rüber müsst ihr müsst genau da wo ihr gerade hängen geblieben seid müsst ihr rüber kommen da passt ja das war einfach hass ja das ist mit julie aber bei dir hat es nicht funktioniert hola ja und julie ist auch durch ja doch doch wird es glaube ich geschafft oder hast du zurückgesetzt ich habe nicht zurückgesetzt ja war zu lange auf einer stelle ja passt ja ganz großes problem man kann sich mit v die map anschauen habe ich eben schon mal gesagt ganz am anfang der ersten runde aber ich merke das schon ja oder hinter ist noch eine bahn das ist ja nein ich wollte darüber springen es wäre so gut gewesen nicht darüber zu springen ich bin auf der anderen bahn loch 18 gemein wie komme ich denn jetzt wieder zurück in meinen und das war so einfach da habe ich währenddessen noch in der nase probeln können und auch gold gebohrt produktiv richtig kraft multitasking das ist immer so wenn da nur irgendein spiel mit einem spiel will dann sieht er am ersten drin aus und man selber ist halt einfach gut dann können wir ja gar nicht spielen und deswegen denken auch immer alle da du wer der krasseste gamer ja was soll man dann machen und da ist halt auch kompetitiver ebene einer der krassesten gamer die ich kenne aber auf kreativer ebene ist ja eher so mal mal ein dreieck und einmal ein viereck wir können poseln da also ernsthaft wir gucken auf ein rotes bild und müssen daran farben erkennen nehmen am besten rotes bild wegen der gründer brille ist das frech schiebung das mit dem rot hat nichts mit der brille zu tun nur mit meinem monitor hallo 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 danke bitte sehr ich hole in one ist jetzt doch mit berührung oder nicht mit kondition ah dankeschön bitte sehr war das nett immer gerne jala ich würde es einfach gut finden wenn items vor dalu ist deswegen unterstütze ich items jetzt einfach es gab eine runde wo das der fall war sie wurden nie hochgeladen hallo hi dalu was geht hallo 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 das war jetzt nicht so nett hallo anfang ne ich bin eh holler harte vielleicht hat dalu gedacht du wärst items nein 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 ich wusste dass alles schon vorbei ist aber Holla lag perfekt, dass ich sie hätte weghauen können und ich vielleicht hätte rein. Das ist schon ein bisschen toxic, ne? Ja, das ist Dalu. So gewinnt der halt. Ja. Ich war halt am Ziel. Der heißt nicht ohne Grund, Dalu ganz. Oh, guck mal. Sie werden schon seit drei, seit drei, vier Jahren. Ich bin komplett aus dem Konzept gebracht, Dalu. Das ist eine Frösische. Ich hoffe, das tut dir gut. Ich hoffe, dir gefällt das, was du da anrichtest. Ich glaube, deswegen wirst du letzter werden. Ich hoffe, das war es wert. Richtig drauf. Wo bin ich? Wo müssen wir hin? Ich wäre fast wieder auf die Bahn gerollt. Ich bin hier an der Seite. Lol, okay. Das ist zu hart gewesen. Oh, das war stylisch. Oh, man muss da rein. Okay, besser. Nee. Ich hab's viel besser gemacht. Was machst du denn? Du musst da nicht rein, ne? Items. Items, das ist nur die Noob-Hilfe da. Du kannst... Wenn du jetzt nichts gemacht hast, das wärst du auch... Scheiße, das Ding nur auf die Rampe, oder was? Was macht denn das? Oh, du... Hättest du das... Hättest du gerade nicht zurückgesetzt, wärst du schon lange drin gewesen. Sehr nett. Gerne, gerne. Weil man muss ihm auch nur dreht sein, was er sagt. Oh, das hat zu viel Energie. Sehr gut. Ich glaub ich gar nichts mehr, Hä, warum bin ich gar nicht die Spawn? Lol. Hier, mach mal hoch. Nein, hoch gegen die... Hoch die... Die Schräge hoch. Oh, Backseat-Gaming bei Minigold. Das kann nur besser werden. Okay, nicht ins Loch schlagen. Backseat-Gaming hier. Okay, dann schlag ins Loch. Team-Speak. Oh, Entschuldigung. Back-Speak-Gaming. Okay. Back-Speak- yin. Ich könnte halt gerade Zweiler sein, wenn die letzte Runde nicht passiert wäre. Hallo. Darüber bin ich sicher. Genau, ich hätte fünf Punkte weniger. Auf Wiedersehen. Was das wert, Gipi. Ich wollte Dalu eigentlich schlagen. Hast du ja. Hast du mich erwischt, ne? Hab ich auch. Ich hab Dalu und dich getroffen. Oh, hat mich vor Dalu gesetzt. Kann nur gut gehen für mich. Okay. Haha, geflohen. Scheiße. Ja, Holla, guck mal nach hinten. Schieß ihn weg. Ja, guck mal nach hinten jetzt. Nee, warte, Dalo macht es doch selber. Okay, ich... Sorry. Ja, was? Erzähl. Wolltest du wieder Holla sagen, wie sie zu spielen hat? Kein Backspeak-Game. Lass doch Holla mal machen. Die hatte in der vorletzten Bar schon so Probleme gehabt. Mhm. Ach, Holla, du schaffst das. Das ist wie wenn du im Kind so die Süßigkeiten hinterlässt und wieder wegnimmst. Ähm, ja. Frag mal Dalo. Ja, also mit Dalo spielen ist echt... Nicht gut für den Blutdruck manchmal. Ach, so was, wenn ich mit Dalo spiele. Oh, sowas ist die Bahn gar nicht. Danke. Hab ich dich rausgekickt? Nö, bin auch hier. Ich warte jetzt. Danke. Oh, items. Dann gib ich was los. Hey! Hattest jemand Hole-in-One? Äh, ja, ich. Also eins drüber, aber das ist in Ordnung. Achso. Hole-in-One geht's. Ohne Mehrwertsteuer wäre das ein Hole-in-One. Äh, ja, ja. Lass mich nicht abbringen, Dalo. Ja, ähm, ich will da jetzt echt nichts dazu mehr. Also, oh, das war dumm. Ja, es ist absolut... Ah, ich kann ja eigentlich... Hey! Hi. Wieso kann ich denn meinen Sombrero-Hut nicht nehmen? Äh, der wird in der nächsten Runde, glaube ich, in der nächsten Runde. Beim nächsten Loch dann. Scheiße! Oh, Dalo, das sieht gar nicht. Scheiße! Das sind die letzten Dinge? Bei Heads mussten... Also, das habe ich schon geguckt, aber... Scheiße! Oh, Dalo, sechs Schläge! Ja, ich versuche noch wirklich zur Hälfte noch ein bisschen was rauszuholen, damit es spannender wird. Okay, wenn mich jetzt jemand weggetretet, dann habe ich ein ganz großes Aggressionsproblem mit euch. Ähm, cool. Nee, Baxby Gaming machen wir nicht, ne? Weiß jetzt, ich weiß jetzt, wieso Pia sich so oft gemobbt in dieser Gruppe fühlt. Warum? Er ist einmal gemobbt, das ist noch harmlos. Aber komm, Pia, ich bin nett, oder? Ich bin doch gerade nicht die, die gemobbt wird. Außerdem bist du die am meisten Nachteil. Ich wollte gerade eigentlich sagen, Judy ist eigentlich die Schlimmste von allen. Judy ist freundlich und nett. Also, Gipi, Dalo und so, die teilen halt einfach aus. Und Julie ist aber die, die schweigt die ganze Zeit. Und dann liegst du am Boden in der Ecke und kannst nirgendwo mehr hin. Und dann kommt Julie und haut einfach so eine eiskalte Meldung rein. Und einfach verziert keine Mine dabei. So, gar keine. Julie ist einfach sarkastisch. Julie ist diejenige, die dich von der Streckbank runterholt und zum Ausruhen in die Iron Maiden steckt. Julie macht immer... Aber sie hat die gebetet. Aber sie hat die gebetet. Eine Sekunde, also. Julie hat immer diese unterschwelligen Beleidigungen. So wie, äh, hier, oh Mist, ich hab Rang 3 verloren. Ja, aber sei froh, dass du nicht auf 5 gefallen bist. Ja, ja, ja. Das sind positive Vibes. Das sind keine positive Vibes, Julie. Doch. Nee, du hast da was verwechselt. Mann. Mann, Kippi, ich dachte, du schickst mich vielleicht noch rein. Und ich gesagt hab, ich will nicht die letzte Überlebende sein. Und Julie droppt einfach beinhart. Kein Problem, ich opfer dich, dann bin ich die letzte Überlebende. Okay, cool. Danke, Julie. Mein Chat schreibt, download safe wieder reingecached. Nein, hab ich nicht. Das ist meine Mütze. Das ist mein eigener Hut in dem Spiel. Die aus dem Real Life, die haben sie reingepatcht. Ah, wir spielen jetzt also Spiele, wo Dalu so viel reingesuchtet hat, dass er eigenen Ingame-Content hat. Nee, aber er hat die an dem Anfängen unterstützt meistens, wo die Entwickler halt das Spiel nur als Indie-Game, in Anführungszeichen, rausbringen, gebracht haben. Da gibt's mehrere von den Spielen. Das ist wirklich mein Hut. Also den Hut habe ich extra bekommen. Ich hab auch so eine Fledermaus-Spur, aber die hab ich ausgemacht, weil die nerven. Die hab ich auch, die Fledermaus-Spur. Schiebung. Warum hab ich die? Die standardmäßig drin vielleicht? Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die du auch kriegen kannst, aber die ist da nun gewidmet. Ja, aber den Hut hab nur ich. Das war auch der Hut von deinem Logo damals. Ja, genau. Warum jetzt hier so eine knappe Geschichte? Ich muss schnell rein, bevor gib du mich wieder wegboxen. Nee, würde ich nicht wegboxen. Doch, der war schon wieder da. Nee, hast du gesehen, hat er nicht gemacht. Ich hatte recht, ist mir egal. Ich brauch die Punkte leider, sonst wird's zu eng nach hinten. Was heißt hier eng nach hinten? Na, du bist halt nur ein Schlag hinter mir. Wie, ich bin ein Schlag hinter? Warum hab ich denn 50 Punkte? Was ist denn das? Das hat ja weder Hand noch Fuß. Was ist da los? What the fuck? Das ist ja ein Ditto. Du kannst auch 50 Punkte in der Hand. Ich versuche einfach nur nicht Letzte zu werden. Ich bleibe hier liegen, mal gucken wir Spaß an. Das ist ein Problem. Nee, zwei. Aber von hinten aus. Ja, holen von da aus. Oh, oh, hier ist die wieder schnell weg. Nee, ich sagte ja, ich muss... Mann, nicht alles einschauen. Komm, ihr seid da so knapp beieinander, das sind alles nur vier Schläge. Jetzt stell dir mal vor, auf der einen Bahn hättest du da die sechs extra Schläge nicht gebraucht. Ja, stell dir mal vor, ich hätte die fünf nicht gebraucht, das wär schön gewesen, ne? Das wär knapp, dann. Ich nehm recht. War rechts gut? Oh, 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 oh. Er hat nicht gezählt, aber ich bin genau drin gelandet. Jawohl, Gipi, nice. War das in einem? Ach, Pia, das hätten wir schon schaffen können. Ich muss noch mal da schnell weg, bevor mich irgendjemand von euch wegtritt. Ja, Gipi ist der Kandidat. Ich bin, ich hab's jetzt alles... Oh, Alu. Ein oder andere Mal vielleicht gemacht. Gipi hat erst mal evaluiert, wie weit kann ich das rechtlich auch machen? ausdrücken immerhin einer nur das tut mir leid wenn ihr keinen habt wie kann man helfen doch das war doch und jetzt am ende noch richtig abbauen die werden nicht schneller also die bist du kriegst nicht genug glaube ich ein kleiner windstoß mal pusten oder pupsen die letzte waren jetzt jetzt kommt es drauf an die sind echt nah beieinander er sich selber einfach rausnehmen nur weil er 48 hat ja aber auf den schultern von mir ausgetragen naja eigentlich hat er ja einen schlag dafür geopfert das war richtig runtergeschmissen damit oder aber diesen die abkürzung haben sie auch die ganze zeit versucht nein ich habe einen einschlag hinter items bin schon raus ja näher war die die alle sind alle bei 63 war da ist das was war du hast mich gerade blockieren blockiert ok damit ist so joker nicht auf dem vierten platz oder das tut mir ein bisschen leiden muss ich jetzt streng dich an bitte das war schon das war schon auf meinem kopf ich bin mein zweiter nächste runde streng sich an die nächste runde kommt wahrscheinlich erst in ein paar wochen holla das tut mir wirklich leid wie viele schläge hätte sie da gespart bestimmt vier oder oder fünf die waren direkt davor sie war davor ich habe sie zum anfang gehauen dann ist sie ganz oben dann die etage drunter dann da drunter und dann neben dem loch ja 44 hat sie gespart eine jetzt machen ich hätte fünf gespart ich war ja ich hätte das loch getroffen wenn du nicht ja dann inoffiziell wäre es die vergangenheit nicht ungeschehen machen nur weil du mit dem out kommen davon jetzt nicht zufrieden bist